Das waren bestimmt die Ausländer Wer ist Blutwurst, die blutende Blutwurst Vielleicht will sich irgendwer an ihnen rächen Rrrr Rächen? Ich bin ein friedliebender Mensch Aber nicht Schmensch Sie haben keine Ahnung wer das war? Diese Halbstarken waren das Monster mit ihren Sausrädern durch die Gegend und klauen einem die Teerpappe vorm Haus weg am helllichten Tag Teerpappe? Teerpappe Teerpappe Am helllichten Tag im ZDF VF Ob es Menschenblut ist Kann man erst feststellen wenn es im Labor ist Oh Und was ist hiermit? Mit dem Mikrofonis Nein Doch Halt mal Die Fresse Na dann vielen Dank Markus und schönen Abend noch Tschüss 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 So jetzt nur ein paar Dehnübungen Vielleicht haben die ja schon ein Ergebnis von der Blitzprobe Hey Hey Digga raus Tschüss Ab in die Heimat Hey Hi Tschüss Tschüss Na sowas habe ich früher auch gemacht Ja He 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 Aua He 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 Junge Hast dir weh getan? Nein Guck mich mal an Ein bisschen Nazi-Routen hast du auch Komm dann zieh dich aus So wie heißt denn du? Du Nazi Den Arsch hältst am besten schön hoch So Da bekommt man bestimmt auch was gegen Kanacken Dann hat die Spritze ja gewirkt Außerdem hattest du mit Fritz einen prima Ersthelfer Mhm Jetzt werde ich deinen Arsch nähen Hm? Achtung Jetzt wird's mal kurz kalt Das tötet die Keime, hm? Mhm Schöner glatte Arsch Reel Richtig Gut zu ficken Gleich häng ich mich auf Das rinnt Gerinnt Der Witz ist von StockTV geraubt Feef Alles halb so schlimm Solange keine Ausländer ins deutsche Reich gelangen Und sollte das doch mal passieren Kümmern sich die Weißen um sie Sie geheilt Sie Aus Eis Nööööööööööö Pit '. MachEX Dein eigenes Blut würd sich gegen das fremde Blut wehren Es würd verklumpen und die Adern verstopfen Du würdest sterben Puh, so. Habt's denn mit Karsten los? Kommen Sie auch zum Check-Up. Ist es schlimm? Nö, na dann kommen Sie doch einen Augenblick rein. Nö. Fette Sau. Ah, ah. Was ist denn leider? Einen schönen Gruß von meiner Mutter soll ich Ihnen sagen, Herr Paschulke. Hier, sie sagte, die mögen Sie am liebsten. Hat mein Vater selbst gemacht. Ah, weiß bloß nicht, was mein Arsch dazu sagt. Also gut. Thüringer Küße.